Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand – Angebote für Messebau. Seit 2011 bieten wir den system- und länderübergreifenden Mautdienst Toll2Go an, und zwar mit Österreich. Grundlage ist die Onboard-Unit der TollCollect, das heißt, das ist ein Gerät, was in die LKW eingebaut wird, um in Deutschland damit die Maut automatisch zu erheben. Wenn dieses Gerät eingebaut ist, dann kann der Unternehmer sagen, ich möchte auch mit diesem Gerät in Österreich die Maut erheben lassen, registriert sich bei der Asthynaq unter www.go-maut.at und dann wird auf einer Datenautobahn praktisch die Onboard-Unit für den Dienst Toll2Go freigeschaltet. Dauert am Ende nach der Registrierung maximal 15 Minuten und dann kann also der Fahrer der LKW sofort die Grenze überfahren und mit der TollCollect Onboard-Unit in Österreich die Maut erheben.